Das war knapp, aber wir haben Bären trotzdem noch gerettet. Clem, bleib dir zurück. Keine Ahnung. Ich hätte nie vergessen können. Ich bin sehr entschuldigt. Christy, weg von ihm! Hey. Schon wieder? Wir haben dir eine Medizin. Gut. Ich fühle mich, dass ich etwas benutze. Du okay, Kind? Du siehst besser als ich. Wir haben fast nicht raus, wegen dieser Scheiße. Wir sollten ihn hinterlassen, aber wir hatten die Chance. Leute, was ist da passiert? Ich werde jemand anderes sagen. Ich habe Arbeit zu machen. Okay, mit ein wenig Glück, Du solltest dich besser fühlen. Ich werde hier noch ein paar Stunden bleiben. Ich werde mich wissen, ob du etwas brauchst. Danke, Doc. Ja. Vielen Dank. Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit für dich und ich, eine kleine Gespräche. In private. Du hast es, Mann. Du hast es, Mann. Was ist bei Brie passiert? Du hast es, Mann. Was hatte Brie passiert? Was ist bei Brie? Es ist bei Brie passiert... Bitte. Erg mêmes, wenn du das für jemanden... dass er es bei ihm ist. Was? Ich glaube, ich glaube, dass du eine Scheiße bist, dass es auf Kosten für ihre Leben ist. Jetzt warte mal einen Moment. Nein, du hörst. Du hast ein paar gute Leute hier, und sie sehen dich als ihre Leiter. Ich bin hier, um dir zu erzählen, dass du den Leiter bist, dann wird es nicht mehr so lange machen. Und du wirst dich schlafen, wenn du denken, dass du sie alle auf einem Boot verletzt wirst. Du wirst nicht interessieren, aber ich weiß, dass du das kleine Mädchen interessierst. Das ist deshalb, dass ich dir eine Anbieter. Was für ein Wettbewerb? Ich werde sie aus Ihren Händen nehmen. Ich werde sie zurück mit mir, zu meinen Leuten. Wir sind gut geholfen, gut geholfen, und viele von uns haben Kinder von uns selbst. Und jetzt, wenn Crawford fallen, wir haben nichts mehr zu gefährden von ihnen. Sie wird mit uns sicher sein. Sie wird sicher sein, wenn sie mit dir bleibt. Das ist das, was du willst, nicht wahr? Dass du sicher bist? Ich werde sie nicht sagen, dass du das nicht gesagt hast, und dir eine Chance zu gehen. Das soll du jetzt machen. Ich weiß, dass du denkst, dass du das besser machst. Und wenn du sie reale Vater warst, wir würden diese Gespräche nicht machen. Aber du bist nicht. Und du bist mit dir nicht das besser für sie. Wenn niemand anderes hier hier sagt dir das, dann werde ich das. Das kleine Mädchen ist in meinem Wettbewerb. Wir haben mehr zusammengefasst, als du überraschst. Jeder, der versucht sich zwischen mir und sie, jeder, wird sie sterben. Du hörst mich? Geh deine Hände aus mir. Er hat Unrecht. Selbst wenn sich Lee nicht um die anderen kümmert würde, und Clementine würde er sich immer noch sorgen. Woher? Ja. Ich versuche zu gehen. Ich wollte nur bedanken, für alles. Es hat Spaß gemacht. Was bist du? Kenny arbeitet jetzt auf dem Boot. Ich dachte, dass du mit uns gekommen bist. Gott weiß, dass du es gewonnen hast. Ja, ich habe es gedacht, aber es ist nicht für mich. Es klingt, dass es ziemlich kreutig ist. Und ich habe noch nie gewonnen, wie das Wasser. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ich habe immer besser gemacht, auf mein eigenes Leben, auf jeden Fall. Ich habe noch nicht mehr gewonnen, ich habe noch nicht mehr gewonnen. Ich habe noch nicht mehr gewonnen. Ich sage die anderen. Ja, sicher. Du schaust dich selbst, Molly. Du auch, Lee. Du schaust dich, Lea. Und du schaust dich, du schaust dich zu dieser kleine Mädchen. Du kennst dich, du glaubst du dein Leben. Du schaust dich, du schaust dich. Du schaust dich. Es gibt nichts mit dem Schaust. Du schaust dich. Hey, mein Lieber. Du schaust dich, du schaust dich. Du schaust dich, Was werden wir machen, nachdem er es fixiert? Woher werden wir gehen? Wir gehen woher Kenny sagt. Er ist ein guter Kapitän, und er weiß, dass die Wasser in den Süden ist. Er weiß, wo wir uns nehmen. Klim, honey. Was ist passiert? Ben wird okay sein? Er ist nicht so, als er zurückgekommen ist. Ben ist ein guter Kind. Ich glaube, er fühlt sich einfach über einige der Entscheidungen er hat. Er fühlt sich, wie er ein Verbrechen auf den Resten. Bevor wir morgen haben wir Zeit für meine Eltern? Ich würde, Klim. Aber ich glaube, wir haben Zeit. Wir müssen hier nicht mehr Es ist nicht sicher. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier heute. einiges Interesse. Das ist nur noch und es ist nicht so, Wir brauchen hier eine Unbefussionale und es ist nicht so. Wir brauchen hier roam Roland zu circumventieren. Clementine? 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 Grim? Sie erschreckt mich da wirklich jedes Mal, ne? Oh nein. You out here? Lee! Oh, nein. That's all I've found. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. There's something you should all know. Um, I'm bitten. Walker jumped me while I was out here looking for her. Oh my god. No way. No. No fucking way. I don't know how much time I've got. I'm gonna need your help to find her. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. I can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Thanks you guys. I appreciate it. Really. Es ist besser, wenn wir es sagen. You know, I care about Clementine. And I am a Christian man. And I keep asking myself, if this was me, asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there have been plenty of times, when you ain't been. Kitty man, I'm begging you here. I can't do this alone. I need your help. Please. Lee, I know you had my back when we first teamed up. You really looked out for me and mine. But ever since then, you've been looking out for yourself more often than your friends. I'm sorry. But you're on your own on this one. What about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. Clementine's one of the few good things left in this world. She stood up for you and Crawford when Kenny wanted you gone. Don't you think you owe it to her to stand up for her now? You're right. I owe her. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. I'll prove it to you. You'll see. Okay, guys. We should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back. Or at least until nightfall. You're still gonna take me. Even bit. Yeah. We'll figure out what to do about that when the time comes. Come on, guys. Let's go. Und wieder wird einer der Hauptcharaktere von uns gehen. Und in dem Sinne auch der Hauptcharakter überhaupt. Ich bin gespannt. Alles geräumt. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon! Get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. All I want is the girl. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Who is it? Clementine! Are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Hello, Odie. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. Then you should really watch your tone. Clementine, Clementine's fine. But if I were you, I choose my next words very carefully. Und da ist die vierte Episode auch schon vorbei. Und das war wieder wahnsinnig spannend. Ich bin gespannt, wer es ist. Und ich bin auch ein bisschen überwältigt jedes Mal. Es war auch ein bisschen... Manchmal denke ich so über das Spiel nach und sagt mir so, naja... Es ist vielleicht ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen übertrieben oder so, aber gut. Es ist ein Spiel. Did you kill the boy in the attic? Boah, kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern? Also auf jeden Fall haben wir es getan. Punkt. Ja. Hippocratic Oat. Did you lie or treat Vernon? Ja, wir haben ihn angelogen am Anfang, als Vernon zu uns kommen sollte. Wir haben gelogen und haben gesagt, wir hätten Medikamente, aber wir hatten keinen. Hast du Clementine mit nach Crawford genommen? Du und 73% der Spieler haben sie mit nach Crawford genommen. Das war vielleicht auch gar nicht schlecht, weil im Endeffekt wurde sie trotzdem entführt, aber... Das hätte schon viel früher passieren können. Did you let Ben 4-toothed death? Nein, wir haben Ben nicht in den Kirchenturm fallen lassen. Wir haben ihn gerettet. Wie 66% der anderen Spieler. Und hast du den Biss den anderen in der Gruppe gezeigt und das haben 80% der Spieler mit mir getan. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Okay. Wer kam mit dir? Wer kam mit dir? 14% haben Okay. Okay, I'm with you. Ach okay, das ist... Da wird dann gezeigt, wie viel Leute noch zu unserer Gruppe halten. Schätze ich jetzt einfach mal. Okay. Na gut. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bundeskineld зарנו. Qui schauen min sabe Mih Graf. Get nev hat mich Such Uno. Bis dahin. Ich mache mich Joseph Tarkan. Oh, ich bin jemandem. Nee. Untertitelung des ZDF, 2020